herzlich willkommen liebe eltern beim online kongress starke kinder nein zu mopping und gewalt und lieber jörg herzlich willkommen dass du dabei bist und den kongress mit deiner wertvollen botschaft bereicherst ja danke dir für die einladung und ich grüße auch alle die da zuschauen jetzt und vielen dank auch für das interesse dass ihr dabei seid und ja euch proaktiv einsetzt für die gesundheit und stabilität psychische stabilität eurer kinder finde ich super ja auf jeden fall schön dass ihr hier seid wie immer starten wir mit den vier fragen lieber jörg und zwar wenn ich noch mal wenn ich noch einmal ein kind wäre dann würde ich ja dann würde ich glaube ich wenn ich jetzt gerade an das thema mobbing denke würde ich glaube ich schneller den mut finden hoffentlich kontakt aus aufzusuchen und es nicht alles runterschlucken ja voll das stimmt als ich ein kind war hat mich so ein kobold stinkstiefel wie aus antinas kinderbilder buch geärgert nämlich hat er ja er hat er hat mich glaube ich ziemlich wie soll ich sagen verängstigt und mich zurückziehen lassen in nach innen und er hat gemacht dass ich verstumme und das ging so weit dass ich ich würde sagen in ja bis zu einem gewissen alter eigentlich schon gar nicht mehr in der lage war in einer gruppe was zu sagen fast ne boah heftig ja ja ich habe mich dann halt in videospiele verkrochen das ist ja eine klassische folge von bei mobbing opfern auch nur wie bei mir ich habe sechs jahre in einer virtuellen welt gelebt aufgrund mobbing ja ja genau das habe ich damals gab es halt nur ein commodore 64 das war ein bisschen länger hält aber da habe ich mich dann halt rein verkrümelt nach herden amiga amiga 500 und ja genau also gleiche geschichte wie ich und heftig bei mir die tiny zeit die war einfach mit computer ja ein wichtiger faktor um kinder zu stärken ist bindung 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 und stärken ja so und alles was dann dazugehört so ja und vor allen dingen auch ernst nehmen was ist also ich glaube viele eltern drücken ganz viel weg und dazu gehört dann auch das ist aber schon mehrere faktoren ist aber dazu gehört auf jeden fall auch sich selber seiner eigenen ja ich sag mal bindungs traumathematik und seine eigenen mobbing traumathematik die man möglicherweise verdrängt hat bewusst zu werden weil das ist dann doppelt belastend für ein kind wenn es dann merkt dass es da kein widerhall findet mit seinem problem und das noch so doof weggedrückt wird oder negiert wird das ist dann ganz also ist dann doppelt traumatisch am ende also sein kind sehen so wie es ist wahrnehmen oder auch den auch wenn es um so mobbing konflikt geht den auch dann ernst zu nehmen und nicht aufgrund einer eigenen mobbing thematik die man eventuell nicht verarbeitet hat und dissoziiert hat also abspaltet da wird man dann vom kind wieder konfrontiert mit und weil man das den schmerz den eigenen schmerz dann nicht haben will drückt man das irgendwie weg oder das machen ja viele eltern so ist das dann das doppelte einmal dass man selber sein traumata nicht aufgearbeitet hat und beim kind dann auch noch zu einem traumata mit wirkt weil man ja sein eigenes nicht verarbeitet hat richtig also die die belastungen die dann passieren sind häufig noch viel schlimmer also das erleben ja auch menschen die missbrauch oder so erlebt haben und dann zur polizei gehen oder oder und 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 da irgendwie hilfe suchen und von denen dann auch noch mal gedemütigt werden weil zum teil dann gibt es ja solche geschichten wo dann ja also oder vor gericht und so und ja da fehlten völlig über also in dieser ganzen kultur fehlen total traumasensitives umgehen sage ich mal total dann letzter satz meine schöne kindheitserinnerung die mir heute noch kraft schenkt ist ja da kloppten so zwei sachen hoch das eine ist eine verbundenheit zu tieren die ich immer auch irgendwie gespürt habe so obwohl ich selber gar nicht so viele tiere hatte und das andere ist zur kreativität was hast du gemacht ich habe gemalt viel auch so also oder hinter auch viel geschrieben also ich habe viel geschrieben das ist mir auch irgendwie geblieben und das ist auch beide also kreativität ist auch glaube ich ganz wichtiger faktor im umgang mit der bearbeitung solcher sachen auch für kinder herrn schönes mittel damit klar zu kommen ja liebe eltern ich möchte euch einmal noch jörg vorstellen für die die jörg noch nicht kennen und jörg fuhrmann ist ein vielschichtig international ausgebildeter therapeut coach und trainer der 20 jahre geschult wurde in unterschiedlichen körper orientierten verfahren wie zum beispiel polyvagal theorie somatic experiencing soma embodiment vagus training holotropes atmen n am entwicklungs- und bildungstrauma ist das und tre sowie den bereich der humanistischen und transpersonalen psychologie er arbeitet am bodensee mit menschen die sich in krisen und wachstumsprozessen befinden um das darin gehaltene potenzial zu befreien sein innovativer und tiefgehender ansatz richtet sich auf den jeweiligen menschen aus und geht über weit sprach basierten konzepten hinaus ganzheitlich und interdisziplinär dies geschieht in der regel nach einem eins zu eins intensiv konzept mit grenzerfahrungspotenzial in stein am rhein am bodensee oder online ferner bietet jörg fuhrmann eine zertifizierte körperorientierte hypnose ausbildung und eine mehrjährige ausbildung in transpersonaler prozessarbeit und hypnagoges atmen an wow jörg also du hast so eine ich habe mir haben das schon vorgespräch gesagt so eine mega lange latte was du alles hier beigebracht hast manche sachen musste ich erst mal jörg vorher fragen wenn das ausspricht also ich bin dankbar dass du da bist mit deiner kompetenz und jetzt den eltern helfen kannst die jetzt auch nicht wissen vielleicht wie sie ihr kind schützen können oder halt diese im leid sind und daher danke dass du da bist und ja unseren eltern helfen kannst und daher meine erste frage an dich wie können eltern ihr kind stärken wenn ihr kind gerade geärgert wird ich würde ich würde ich würde das gerne das fährt andersrum aufzäumen gerne die frage finde ich gut und wichtig ich würde sie eher nach hinten stellen dann vielleicht dann machen wir das so was ich was bei dem thema auch viel zu wenig beachtung findet finde ich ist die sind die täter also die täter haben ja auch eltern ja so und mal zu also was sind eigentlich die ursachen so das wird ja häufig auch ein bisschen übersehen denke ich und einfach nur zu sagen bei allen möglichen tätern die wir heute so rumrennen haben das sind ja dann auch erwachsene die alle möglichen sachen machen in unserem land wo man nicht mehr so ganz weiß ob da noch alle laden am zaun sind hätte ich beinahe gesagt zum teil bei manchen sachen die man so hört und sieht wo dann einfach mal pauschal gesagt wird ach ja da psychische probleme so ne das das finde ich immer ein bisschen schwach bei kindern kann man ja noch viel besser ansetzen sage ich mal also bei mobbing wird so allgemein gesagt erst mal das unterdrückte wut ein großer faktor sein kann also auch teilweise so ein eigenes unrecht was jemand gerade vielleicht auch frisch erlebt hat was auch vielleicht in der schule wo irgendwie konflikt war wo er das gefühl hat er ist zu unrecht gescholten worden oder so und das wird dann direkt weiter gereicht an jemand schwächeres in der kette also dass der mobber selbst opfer ist und sich dann ein neues opfer sucht um seine wut los zu kriegen also eigentlich sein müll denn er gerade vor seine eigene haustür geworfen kriegt die wirft er schön weiter an den nächsten wie beim staffellauf nur ja genau ich glaube das ist auch öfter so ja das ist sehr sehr oft so und natürlich die diese kinder die das dann häufig so machen die sind ja häufig dann auch aus gewissen problem familien kontexten ich habe früher auch mal ein trainerschein gemacht beim deutschen kinderschutzbund für starke eltern starke kinder für diesen kurs und da war ja auch eigentlich ziemlich schnell klar also die sage ich mal die dahin kommen und das freiwillig dann machen das sind meistens nicht unbedingt die die es am dringendsten brauchen würden also die jetzt die meisten probleme hätten sondern die haben ja schon das bewusstsein dafür dass das eine gute sache wäre an sich sowas mal zu machen und bei denen ich sag mal wo das da thema ist im ärgsten sinne meine ich da kommt ja gar nicht das bewusstsein dafür ist ja gar nicht vorhanden dass man da in der richtung so bei sich selber und schon gar nicht und ne so dann neid ein riesen thema manchmal gedacht ja sind schulur die form vielleicht auch nicht so schlecht weil dann kannst du schon mal ein neidfaktor was ja in der zeit in dieser pubertärzeit mit den marken wahnsinn ja katastrophe katastrophe und grundsätzlich gibt es natürlich auch so eine ganz generelle eigene unzufriedenheit die da eine rolle spielt ja langeweile kann auch eine rolle spielen ja wenn du dir das mittlerweile anguckt es gab ja eine wiederholung form oder eine follow-up follow-up studien auch vom experiment das ist ich weiß nicht was versagt es sind diese folter experimente gewesen die man gemacht hat in den 50er 60er jahren und da hat man dann also leeren raum gehabt und hat da ja nur ein tisch drin gehabt und hat die leute für 15 minuten ist richtig im kopf ob da rein gepackt und dann gesagt so jetzt müsst ihr es hier mit euch aushalten und das einzige was im raum auf dem tisch schlag waren elektroschocker und vor lauter langeweile innerhalb dieser viertelstunde haben die leute also hat ein großteil der leute sich da mit dem elektroschocker behandelt selber weil sie mal einfach das ding testen wollten so irgendwie obwohl ich glaube wir hatten den sogar vorher noch gezeigt wie schmerzhaft das ist und trotzdem noch mal gemacht und dann das zweite zweite follow-up studio war dann elektroschocker und unendlich süßigkeiten und die leute haben sich damit süßigkeiten vollgestopft und noch nebenbei den den schocker reingehalten also also mit langeweile das spätestens diese studie hat gezeigt dass langeweile auch ein faktor ist der nicht ganz so zu unterschätzen ist also also gut neid und langeweile ist ein großer faktor dass man selber zum kobold stinkstiefel zum mobber wird ja genau und dann dann gibt es ja sofort man spricht also von drei phasen das erste ist also diese exploration phase wo dann leute erst mal gucken bei wem geht was wie viel geht ja gibt es da überhaupt eine resonanz ja nein und und gibt es eine gegenwehr und oder stellt da sind wir jetzt auch beim thema trauma stellt der andere sich schon gleich tot und das ist natürlich dann so also solche leute sind dann natürlich auch prädestiniert bist du mein opfer genau nach dem motto der kobold stinkstiefel guckt immer bist du mein opfer weil mobber suchen opfer und keine gegner ja ja genau richtig und da gibt es ja auch diese untersuchung mit das geht ja dann weiter also wenn das nicht also wenn die älter werden dann werden die dazu ich sag's mal raubtieren hätte ich beinahe gesagt ne und die sind dann ständig auf der jagd das sind dann in der fußgängerzone die die dann alter was guckst du so und ja diese halbstarken sagte man früher da waren das dann so ganz früher waren das dann diese rocker und ja dann werden die halt zu haben die raubtier strukturen sage ich mal weil die ihr testosteron nicht mehr im griff haben als ich studiert habe war im spiegel damals eine cover story junge männer die gefährlichste spezies der welt fragezeichen ja und da ging es genau um diese ganzen themen damals war die pädagogik noch so dass man sehr viel so kuschelkurs gemacht hat und immer so erlebnispädagogik gerade auch mit diesen ganzen ich habe auch selber mit intensivtätern gearbeitet und und mit skinheads und so damals in meiner zeit als ich im studium war und da war das eigentlich schon klar dass das alles blödsinn ist dass man da wirklich viel mehr in die konfrontation muss da gab es dann ja diese entwicklung dieser kampf spielpädagogik ja da gibt es ja diese akademie da hinten vier sind glaube ich war es die haben da diese ganzen sachen gemacht wo dann eben also die täter auch in die opferrolle gepackt werden auf dem boden und dann da in die matten getreten wird und so damit die das mal klar kriegen was da mit so leuten dann passiert dass man das mal umdreht dass die damals spüren wie fühlt sich das an selber opfer zu sein richtig genau ja so und ja also jetzt bin ein bisschen abgedriftet also dieses ganze thema ist auf jeden fall nicht mit kuschelpädagogik zu lösen und man müsste frühzeitig anfangen da ein riegel vorzuschieben weil sonst kriegt man nachher wenn die etwas älter werden und das geht jetzt immer weiter immer früher wenn man jetzt guckt da mit den morden die es da jetzt gegeben hat mit den 14 jährigen da und unter 14 jährigen die noch nicht straff ja genau unter 14 also krass und das ist ja ganz ganz schlimm ja da kann man also auch eine metapher noch mal einbringen jetzt schweife ich noch mal ab ist egal mache ich jetzt einfach in der tierwelt also in afrika hat man untersuchungen gemacht im nationalpark da fingen also so die adolescenten elefanten bullen an alle möglichen anderen tiere zu ja zu malträtieren zu töten zum teil auch auch kleinere elefanten babys oder junge und da wusste man nicht was was machen wir jetzt können die ja nicht erschießen weil das ist ja nationalpark hier und so und dann und dann hat man händeringend nach dem problem also nach der lösung gesucht bis einer auf die idee kam gesagt hat ja wisst ihr was der die ältesten light bull die sind doch alle gestorben ist ja keiner mehr ja vielleicht müssten wir mal aus einem anderen reservoir da welche rüberbringen und was passiert und dann haben sie da welche unter helikopter gehängt so schlapflapflapflapflapflap haben sie die da abgesetzt und das ging relativ zügig dass die sich da in der rudelstruktur da eingefunden haben und dann haben die drei viermal trompetet und mit den ohren geschlackert und offen auf den tisch gehauen du das war ruckzuck erledigt das team also das heißt das was du gerade gesagt hast du hast ja schön angefangen mit den eltern der mobber jetzt ist es eigentlich so ein rundes ding weil es geht um struktur also jetzt hier wirklich diese elefanten die haben struktur gebraucht um wieder klar denken zu können also wieder eine führung haben sie sie haben nach führung geschrien das ist ja wenn man das jetzt umdreht bei uns in der menschenwelt sind dass die eltern ja richtig genau ja also ganz wichtiger punkt dabei und da hat auch der dekan der fachschule dortmund hatte dazu eine untersuchung gemacht mit arabischen intensivtätern inwieweit die mütter auch beteiligt sind dass die die zu sehr idealisieren in der kindheit und so und und hat dann auch geguckt weil da müsste ja auch irgendwie im elternhaus was anderes passieren möglicherweise aber jetzt auch nicht irgendwie stumpfe gewalt sondern es geht einfach um die art und weise wie man menschen dann vielleicht auch narzisstisch überdreht durch bestimmte ja so also das ist schon ja ist schon einfach ein sehr vielschichtiges thema denke ich und die eltern spielen aber in jedem punkt da eine wichtige rolle und das ja also dann haben wir so die zweite phase das nennt sich diese konsolidierung phase das ist so diese phase wo diese ersten ich sag mal systematischen attacken beginnen so das habe ich selber auch alles erlebt nach einem schulwechsel und das war ein jahr lang bis ich dann aufgrund schlechter schulleistungen sitzen geblieben bin und das war ein sehr sehr schlimmes jahr für mich das weiß ich heute das kann ich so in retour mir noch kann heute kann ich das immer noch gut abrufen was da damals alles gelaufen ist und ja das war ein bisschen zu gewalterfahrung die ich da auch gemacht habe die mit überfällen hätte ich beinahe gesagt überfallartige sachen nach der schule und so ja und das ist das ist wirklich eine üble üble kiste wenn man da also nicht die unterstützung findet die man braucht nur das heißt du hast schulwechsel gehabt und aufgrund dessen wurdest du dann so heftig gemobbt dass sogar gewalt täten gewalt mit dabei war ja es war erst einmal verbal und es ist genau so es hat sich so wellenmäßig aufgebaut bist du mein opfer und dann sind diese einzelnen tests und dann wird es immer schlimmer und irgendwann geht es sogar noch zur körperlichen gewalt über genau und dann ist es also essentiell dass die an diesem punkt in dieser phase zwei jetzt die schule jetzt zum beispiel die lehrkräfte eingreifen und die eltern und so weiter und das war damals ja auch nicht der fall in der zeit war es sowieso noch nicht das bewusstsein dafür da sage ich mal für so ein thema und es hat dann erst aufgehört als wir zur polizei gegangen sind aber deine eltern waren da und haben dich unterstützt und sind dann mit der polizei gegangen erst nachdem dass diese überfälle dass nachdem das zwar passiert ist sage ich mal und danach erst okay zuerst nicht da war das kommuniziert deswegen habe ich ja gerade auch gesagt im eingang also für kinder die betroffen sind wichtig dass das frühstmöglich kommuniziert wird und das hat natürlich sehr viel mit der mit der bindung zu den eltern zu tun und der phase des umgangs zu hause mit solchen themen auch ja das ist natürlich wichtig die die kinder müssen ja davon erzählen das können die eltern ja gar nicht helfen wenn die eltern es nicht wissen können sie nicht helfen das ist der erste schritt natürlich ja und nämlich ich erinnere mich an eine folge mit dem mit der macher von south park diesem comic in diesem cartoon ja der seite der ist selber auch massivst gemobb worden wohl und er hat nur gesagt er würde am liebsten allen jugendlichen heute sagen und kindern im sinne von das geht vorbei und es geht viel schneller vorbei als ihr meint und vor allen dingen wenn ihr nachher in der rückschau drauf schaut auch auf die auf das schulsystem und so weiter der wohl glaube von lehrern gemobbt und das wäre dann eher bossing ja also wenn ihr nachher zurückschaut auf das system oder auf die auf die klassenkameraden dann wundert ihr euch später teilweise jahre später was das eigentlich für arme fackeln waren oder arme würsteln waren manchmal habe ich auch gedacht da habe ich mir die leute heute noch mal so angeguckt was sind das aus was ist aus denen geworden was wenn du social media kannst du wirst ja mit jedem auf einmal ein bisschen wieder verbunden die typen an vor denen du früher irgendwie total gezittert hast und denkst dir was der hat das gemacht diese wurst ja da kriegst du das gar nicht mehr von dem hatte ich mal so eine angst jetzt kriegst du gar nicht mehr zusammen teilweise also es ist schon krass ja dann auch wenn ich so im rückblick was hat das mit mir gemacht diese erfahrung die ich gemacht haben musste da komme ich gleich zu okay dann sag ich nichts dazu da was ich weiterreden phase 3 ist jetzt quasi die phase wo man da sagt man da manifestiert sich das also oder auf deutsch auf ruhrgebiet wo ich her komme ursprünglich da zementiert sich das ja da wird also die die opferrolle wird wie gestempelt ja du bist ausgesourced an den rand geschoben dann will auch mit dir in der klasse keiner mehr was zu tun haben so und ich meine da habe ich auch interessanterweise auch ein paar positive wendungen gehabt da kann ich mir doch an ein zwei menschen erinnern dem ich damals dann wirklich sehr ausgegrenzt haben mit denen ich heute sogar super kontakt habe habe ich die irgendwann mal darauf angesprochen konnten sie nicht mehr daran erinnern waren sie völlig überrascht waren fix und fertig ich habe das gemacht ist ja echt ja dachte ich guck an ich meine da waren die ja auch irgendwie 14 15 also doch 14 14 so denken wir haben es ist schon interessant also man sollte nie die macht der verdrängung unterschätzen gut bei bei den eigenen kindern treten ja so ein paar ich sag mal alarm signale auf die man möglicherweise oder bei den opfern wer wenn die opfer jetzt nicht wie die opfer die eigenen kinder die opfer sind also das ist zum beispiel niedergeschlagenheit depression zurückgezogenheit bis hin vielleicht sogar zu suizidalität sprich wenn sowas auftritt das sollte man auf jeden fall ernst dem thematisieren und dann auf jeden fall in kinder und jugend psychotherapeuten oder arzt entsprechend der sich da auskennt in dem reich aufsuchen das auf jeden fall nicht ignorieren die suizidquoten bei kindern und jugendlichen sind teilweise durch die decke gegangen jetzt auch in letzten jahren aber es gab früher schon untersuchungen wo man das sehen konnte dass zum beispiel richtung zeugnisvergabe stieg das jedes mal an also das ist schon krass und natürlich eine lernunlust oder dass man schul verweigert oder schule verweigert dass man dass man ständig dann auch krank ist das war auch so ein wahrscheinlich eine meiner strategien dass man ja den lehrern nicht traut aber vor allen dingen auch ganz stark dieses gefühl ich bin selber schuld an dem ganzen und das hängt wieder mit viel scham auch zusammen und ohnmacht und daraus resultieren dann häufig auch eben leider selbstverletzungen ja das kann über gar nichts mehr essen sein über zu viel essen oder über das klassische schneiden ritzen ja das vor allen dingen bei mädchen der fall ist aber auch jetzt ein exzessiver sport könnte auch eine indirekte form von sowas sein irgendwie versuchen es zu den inneren schmerz natürlich damals das ist ja auch das einstiegsalter immer früher ich habe eine zeit lang damals im jugendtreff auch gearbeitet und so da war das noch irgendwie damals zwölf oder irgendwie so mittlerweile ist es glaube ich schon bei teilweise bei 89 also je nachdem wo du jetzt lebst ne also auf dem dorf vielleicht nicht aber in größeren städten zum teil schon manchmal also mein sohn wird jetzt neu so früh okay ja ja folgen ja so die klassischen psychosomatischen geschichten hatte ich gerade schon gesagt appetitlosigkeit aber vor allen dingen bauchschmerzen oder kopfschmerzen dann schlaflosigkeit ja gemacht einfach unsicherheit selbst und sicherheit das selbstbewusstsein einfach im keller vielleicht auch schlechte laune schlechte stimmung einfach und das ganz ganz eindeutig sind häufig auch ist dieses zeichen dass plötzlich rapide sich schulische leistungen verbessern verschlechtern also vorher hat sich vielleicht irgendwie gleich gehalten und immer wieder verbessert und dann auf einmal bumm gibt es da so ein einbruch und da muss ja irgendwas passieren oder passiert sein ja so und das ist eigentlich ein ganz wichtiger faktor dabei heiße was spannend ist bei mir war es genau andersrum meine schulischen leistungen waren richtig gut ich habe mich so rum da rein gesteigert ich habe dann einfach gesagt so jetzt erst recht ich sage es euch ja und ich wurde deswegen aber noch weniger gemocht weil ich dann gut in der schule war aber irgendwie ich konnte die klassen also nicht ertragen wenn ich mich nicht melde also ich habe mich dann gerade gemeldet und war dann aktiv und dann wenigstens aus diesem um herum rauszukommen ja also es war bei mir genau das gegenteil und dann auch noch ich habe ja so viel computer gespielt meine eltern mussten ja nichts sagen weil ich hatte gute noten also nach dem motto hätte ich jetzt schlechte noten gehabt hätte ich wahrscheinlich nicht so viel spielen können aber was sollten sie sagen einfach ich habe ja gute noten gehabt also man ist schon sehr das menschliche der menschliche organismus ist schon sehr clever in seinen lösungsstrategien das kann man nicht verleugnen also ja was heute natürlich noch mal doppelt schwierig on top ist ist dieses sogenannte cyber mobbing das kann meiner zeit das heißt da werden also kinder zum teil auch gedemütigt auf übelst verprügelt und gefilmt hochgestellt mittlerweile werden ja sogar missbrauch sachen zum tag gefilmt und hochgeladen schrecklich und das problem ist du kriegst solche sachen ja dann kaum noch aus dem netz raus wenn sowas drin ist ja grundsätzlich muss man natürlich sagen das ist alles auf bahne diese ganzen sachen und das sind juristische sachen ja aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu cyber mobbing wie gesagt auch so früh wie möglich also das ist ganz wichtig bei all diesen sachen ist es ganz wichtig so früh wie möglich und am besten auch so massiv wie möglich dagegen vorzugehen und ja zu gucken dass man das regelt sage ich mal das geht sonst nachher womöglich auch bei den menschen im leben immer weiter ich sagte ja schon stichwort bossing ja ich habe auch immer wieder leute hier die von ihren chefs massiv gemobbt wir haben das nennt man dann bossing und menschen die in der in der kinder und jugend immer wieder gemobbt worden sind die sind hinterher im leben häufig auch nicht viel kompetenter in dem umgang damit und das zieht sich dann sich durch ihren roter faden von einem kindergarten vielleicht sogar bis zum berufsleben durch schrecklich genau weil die die kleinen kobolde sind dann auch keine kleinen kobolde mehr sondern sind dann große kobolde immer wieder bei seinem punkt oder was wir gesagt haben täter suchen opfer und keine gegner und dieser mensch der strahlt dann eben von anfang an aus ich bin dein opfer und das spüren die kobold stinkstiefel ja vor allen dingen in so einer hierarchischen welt wie dann auch der arbeitswelt sage ich mal wo du dann auf gedau und verderb dem ausgeliefert bist weil es um deinen lebensunterhalt geht dann ist teilweise richtig die hütte am brennen sage ich mal definitiv ja ich unterstütze also wir eltern müssen frühzeitig unser kind unterstützen dass sich das nicht wie dieser roten faden durchzieht sondern wir gleich am anfang anfangen und dass das dann nicht im berufsleben sich weiter durchzieht ja ja genau dann gut man kann natürlich jetzt endlos über sich gesellschaftskonstrukte und konzepte sprechen also ich sag mal es gibt ja auch viele dinge die dazu führen wo man heute schon eigentlich auch erste sachen sieht wie bei inklusion wird ja auch sehr hoch gehalten zum beispiel dass das funktioniert dann oftmals auch nicht so optimal wenn dann war sie nicht dann der der womöglich autisten mit eingekoteter hose da sitzt und und stinkt dann irgendwie vor sich hin und die verhaltensgestörten sitzen daneben und und sollen das jetzt operieren und so dass das alles nicht so gute startbedingungen sind sage ich mal ist auch logisch aber das ist halt der kurs jetzt auch der da gefahren wird und ich will einfach nur darauf hinweisen oder dass sowas eben mobbing auch begünstigen kann oder man weiß auch von ich habe auch viele schulleiter im coaching gehabt in den ganzen jahren hier wo mir auch immer wieder brennpunkt schulen ich habe auch selber für den europäischen sozialfonds damals trainings gemacht im bereich selbstbewusstseins entwicklung und wir haben die trainings die waren durch finanziert die schulen mussten nur ja sagen und das kann einwöchige trainings und die schulen es war super schwierig diese trainings unterzubringen ach ehrlich weil das war für die schule finanziert war komplett finanziert und ja also das war ein riesen akt die dinger loszuwerden haben wir auch geschafft nachher am ende aber es war für die schulen erst mal unbequem sage ich mal weil sie was verändern mussten und man hat irgendwie einbauen müssen weiß aber schon länger da ich glaube jetzt ist das bewusstsein schon besser als damals oder ja das war so 2005 okay ein bisschen her aber das ist dann wahnsinn wie da das bewusstsein war eigentlich müssten die schulen denken ja ich will genau das brauchen wir ja genau also das war schon krass das war echt schon krass also naja auf jeden fall ja bestimmte brennpunktschulen wo dann ich sag mal die die wo das kulturell sehr sehr gemischt ist und dann bestimmte gruppen der bevölkerung dort in die minderheit geraten die werden dann häufig auch einfach nur deswegen gemacht weil sie jetzt die gesellschaftliche minderheit bilden an diesem ort in dieser brennung schule das sind so auch riechen konflikte so gut wie groß redet also das am fernsehen aber es ist relativ wenig lange zeit gewesen dass man über die sachen überhaupt gesprochen hat ich hatte damals einen auftrag lehrauftrag an einer pflegeschule im ruhrgebiet und da hatten wir dann einen kurs mit kommunikation und konflikt lehrung und dann in diesem modul das ist auch schon jetzt bestimmt ist fast genau so lange her aber da kam dann auch so so ein ding raus dass da ich denke die ganze zeit was ist in dieser klasse los das waren also alles so angehende pflegerschüler da war ein riesen puff da und dann haben wir das aufgedeckt in diesem kurs dass da mega gemobbt wird und dann haben wir das fast da aufgemacht in zwei tagen und haben das durchgearbeitet und nachher war die halbe klasse am heulen ja und vor allen dingen die die immer gemobbt haben waren am heulen ja weil sie zum ersten mal jetzt aber sie natürlich von der klasse wie gestellt wurden und und weil klar benannt wurde was hier läuft und weil die ganzen opfer sprechen konnten wie es ihnen geht und als dann ein drittel der klasse gesagt hat sie sind alle kurz davor die ausbildung hinzuschmeißen und so war das war dann gar nicht bewusst und die waren dann auch fix und fertig nachher ist schon klar aber wir haben dann halt so wieder ein reintegrations ritual und so gemacht und viele haben mir hinterher jahre später e-mails geschickt haben sich noch bedankt und sondern sie das nicht zu ende gebracht und so und die schulleitung hat das dann hat das dann mitgekriegt dass das ein bisschen lauter war und was da los war ne und dann haben die mich gekickt das war ihnen zu viel das wollten sie nicht nur war so katholisch und nein ich dachte gerade das muss ja das mega tollste erfahrung für die schule gewesen sein dass da jemand gekommen ist und dieses ganze mobbing gelöst hat das gegenteil ist war richtig was machen sie da da hatten ein bewerbungsgespräch nebenan und dann hören wir nur da irgendwie du bist ein teil von uns du gehörst zu uns das war so ein schlussritual wo jeder noch mal in so die kreis ne und ja und das das war nicht war nicht gewünscht wie das aber ich arbeite ich arbeite halt immer nach einem prinzip von root cone möge sie in frieden ruhen das heißt störungen am vorrang und das gilt gerade für gruppen psychodynamische prozesse gilt das ne und ich meine ich gebe ja jetzt auch seit 1995 gebe ich kurse von daher habe ich da auch ein bisschen erfahrung würde ich behaupten und wenn du da jetzt sage ich mal eine erbse nicht die nicht eine erbse sondern eine wassermelone unter der matratze liegen hast ja dann kannst du schlecht drauf schlafen also da kannst du schlecht ganz auch in der gruppe nicht arbeiten und das heißt das muss haben wie was ist ist ja sowieso da es muss irgendwie benannt werden und du musst damit umgehen du kannst dich so tun als wenn das nicht nicht da wäre ja klar du musst erst mal das auflösen man muss das ja muss es erst mal auflösen dass überhaupt was neues entstehen kann es mal wie so wenn du ein haus bauen willst auf in der luft dann fehlt das fundament und somit hast du erst mal das fundament gemacht damit man überhaupt das haus bauen kann und ich finde es also da kriege ich so eine richtige wut wieder im bauch wenn ich da höre dass das gar nicht gewünscht ist ich dachte echt sagen hey der direktor oder so voll dankbar dass du endlich dieses thema angegangen ist und dass sie jetzt wieder mit freude in die schule kommen nein dann hast du auch noch einen auf den deckel gekriegt waren sind also das ist einfach nur schrecklich das war eine direktorin die hatte also ein konflikt mit ein eigenes thema mit emotionen klar sie hat auch wieder so mit emotionen auslassen genau naja also das war dann für die träger und da war schon mal so eine übung die ich gemacht habe wo einer geweint hat und sie hatte das gesehen und er hatte da jetzt sage ich jetzt aber nicht aber das ist ja normal dass ein mensch mal irgendwie wenn er von aus berührt wird weint das ist ja einfach nichts schlimmes sondern das ist ja einfach ein ausdruck von dass dann geht stress auch raus und es zeigt eine berührtheit das zeigt dass da etwas wichtig ist und wenn man das schon nicht zulassen kann oder will dann ist man glaube ich als lehrer am falschen platz einfach muss man sagen also würde ich so sagen also da schreibe ich dir sofort okay also von seiten der eltern ist es wichtig dass die kinder ein gefühl haben also für ihren selbstwerten gefühl entwickeln können das heißt da ist ganz essentiell durch der faktor der bindung ist ganz entscheidend das wird natürlich schon in den frühesten jahren gelegt und wenn da quasi schon etwas daneben gegangen ist dann würde ich sowieso empfehlen dass man grundsätzlich mal bindungsmäßig bindungs trauermäßig noch mal drauf schaut vielleicht also gerade auch kinder die vielleicht früh geburt waren oder so ne da sind möglicherweise auch bestimmte konflikte gewesen die weitere konflikte noch im raum die man möglicherweise gar nicht bewusst hat heute dann braucht es natürlich grundsätzlich eine vertrauensbasis eine wertschätzung man braucht auch konsequenz ja da hat der winter auf damals ich finde seine sache jetzt nicht so klasse aber er hatte so ein paar punkte hat er schon gebracht damals mit warum unsere kinder zu tyrannen werden in diesem buch ja das also konsequenz schon auch ein wichtiger faktor ist dass es heute oft fehlt die kinder sollten auch nicht zu klein erwachsenen gemacht werden ja das wird ja auch gerne gerade im alleinerziehenden kontext passiert das häufig weil dann kein partner mehr da ist werden die kinder dann häufig an die stelle gesetzt und alles aufs brot geschmiert was eigentlich die erwachsenen angeht und nicht die kinder müssen das alles quasi verdauen und das ist auch schon wie so ein emotionaler missbrauch also es gibt ja nicht nur sexuellen missbrauch sondern es gibt auch emotionalen und das gehört schon dazu dass mutig zum beispiel mit dem söhnchen alles bespricht was ihr privatleben angeht und ihre lebensabschnittsgefährten ihre neuen und so das sollte man natürlich auch alles vermeiden dann ist natürlich grundsätzlich so dass man wenn man vom kind wirklich gebraucht wird und das gefühl hat es braucht wirklich eine verbindung oder einen kontakt zu mir dass ich da bin dass ich mir die zeit nehme dass ich wirklich zuhöre dass ich nachfrage aktiv nachfrage man nennt das im fachjargon pacing auch also man könnte sagen in den schuhen des anderen laufen und versuchen sich in das kind hinein zu fühlen und wenn der an wenn nachgefragt wird dann ist auch inzwischen menschen auch zwischen erwachsenen ist es natürlich auch so dann ist halt das gefühl auch da dass sich der andere wirklich für das interessiert ja ja also 100 prozent aufmerksam seinem kind schenken wenn es zu dir kommt und sich von sein also von seinen sorgen erzählt dass ich dabei nicht gerade noch die spülmaschine einräume sondern ich setze mich jetzt hin und höre zu und ungeteilt aufmerksamkeit der killer habe ich auch mal ein video zugemacht im youtube-kanal der killer ist das smartphone ja so nach dem motto was hast du gesagt mein kind okay so das beginnt ja schon im mutterbauch hätte ich beinahe gesagt beim stillen ja ja klar klar ist die seuche ist absolute seuche also wenn du bindungstrauma haben willst musst du das ding immer anhaben daneben dann weißt du schon dann hast du das schon vor programmiert ja also von der frequenzbelastung her mal gar nicht zu reden jetzt da hat man ja auch schon alles mögliche herausgefunden wenn da im bauch und so das ist ja auch ein riesen ding oder die bluetooth kopfhörer hast du welche nein ich benutze sie nicht und ich verweigere sie auch meinen kindern ja da musst du mal messgerät zwischen halten da lacht sich kaputt also die immer als schwache belastung oberhalb der schwelle wo die zellen geschädigt werden also ich kriege sogar richtig aber mir tut es richtig weh wenn ich junge kinder mit bluetooth sehe ja ja schrecklich ja okay dann geht es darum zu gucken wie wann und wo würden das kind möglicherweise jetzt in bezug auf mobbing gerade gepiesackt wo wird da quasi angesetzt also ja dann ist auch wichtig dem kind klar zu machen dass es kein schlechtes gewissen haben muss wenn es darüber redet häufig kommen ja große schuldgefühle hoch und so weiter sexuell missbrauch auch ja richtig genau ja da ist noch schlimmer weil der täter das dann heute noch noch doppelt bei der täter häufig erwachsen ist und das noch doppelt introjiziert wenn du darüber redest und so aber das machen die täter bei mobbing natürlich wenn es um gewalt geht auch gerne gerade in der gruppe oder dann sind videos gemacht worden mit irgendwelchen demütigen sachen und diesen dann wird damit gedroht das hinterher zu veröffentlichen dann sind wir wieder bei cyber mobbing richtig genau also das ist wie gesagt heute was eltern auch von anfang an machen können ist wenn sie es nicht schon gemacht haben alle bilder von ihren kleinen kindern vom netz nehmen und wenn sie noch welche drauf haben aber am besten erst gar keine einstellen weil das netz vergisst da nicht nichts und wenn man meint man muss jetzt unbedingt bilder mit seinen kindern posten dann von mir aus irgendwie so ein kobold oder irgendwas dann aufs bild aufs gesicht packen dass man da hinterher das nicht erkennt an so also dass das ist eine stall vorlage auch für später für also weil nach zehn jahren oder so gucken die anderen lagen ins netz und sehen dann diese bilder und dann werden die runtergeladen und dann wird aber was mit irgendwas mitgemacht naja ich habe das gerade vor augen diesen film dass dann 13 jähriger auf einmal ein foto von sich gezeigt kriegt war vielleicht vier war und die spaghettisose im gesicht verschmiert war oder sonst irgendwas und dann sieht das der 13 jährige und wird dann geärgert damit kriegt eine gänsehaut dass er dann wirklich ein reales bild ist geht es auch rein wenn das ist wirklich dann kann ich hier rein so hier ohne ohne schutz sondern direkt 100 prozent ins herz rein exakt das ist wirklich eine waffe also das geht richtung wo du hätte ich beinahe gesagt so geht so in die richtung ja boom bang und wir eltern gegen die steil vorlage weil wir die sachen ins netz stellen die wir noch gedacht haben unser vierjähriger und dreijähriger wie süß und denkt gar nicht dran was das mit dem machen kann wenn er 13 ist ja genau gut und wenn das in der schule jetzt oder auf dem schulweg eine rolle spielt dann so schnell wie möglich die schule einschalten den klassenlehrer den schuldirektor und den schulpsychologen wenn es den gibt oder schul alle einschalten sozialarbeiter und da ein riesen fass aufmachen und ja dann müsste am besten mit den anderen eltern zusammengearbeitet werden stichwort heim omeer da gibt es von heim omeer das ist ein professor aus tel aviv bei dem habe ich vor 15 jahren auch sachen gemacht der hat dazu ganz viel geforscht an extremen problem schulen in sao paulo und weiß der geier wo auf der ganzen welt und hat dann eben konzepte entwickelt autorität ohne gewalt zum beispiel gibt es ein buch mit aris von schlippe wo er dann mit dem systemiker diese sachen auch so beschrieben hat wie man das eben auf eine gute bahn kriegen kann und eine eines seiner modelle ist eben dass dann eben in schulen die alten elefanten auflaufen auf deutsch gesagt und da mal auf den tisch schauen und am besten ja oma opa onkel tanten alle mit und dann auch solchen tätern gegenüber stellen und die dann quasi im kollektiv dieser geballten alten elefanten horde hätte ich beinahe gesagt um in diesem bild zu bleiben ja da zu konfrontieren und vor allem wenn dann eigene bezugseltern und bezugspersonen dabei sind dann werden die sich das beim nächsten mal zweimal überlegen ob sie das machen und das geht der hat das dann immer weiterentwickelt in problemvierteln wo dann die eltern angefangen haben patrouillen zu laufen abends in der gruppe und dann die die sachen auf die plätze aufzusuchen wo die was weiß ich mit drogen handeln und keine ahnung was hinter schulen und so da sind die eltern an diesen vierteln patrouilliert und dann muss man auch erst mal die eltern mit ins boot kriegen ja natürlich das ist das aller aller wichtigste ja also von den mobben dann richtig von denen die mobben die eltern ja also wenn man die nicht mit ins boot kriegt dann muss man die anderen ins boot kriegen aber das wäre das das wäre das optimum sage ich mal dass man die alle aber dass man die eltern der kobold stinkstiefel ins boot kriegen dass die dann da voll mit dabei sind aber das muss die schule machen das ist dann die aufgabe die schule in der vermittlungsfunktion sage ich mal richtig das ist nicht die aufgabe der gemobbten eltern sondern das muss noch ein vermittler geben die schule zwischendrin und nicht dass die mobben den eltern direkt gehen und dann da auf den tisch schauen sondern da brauchst du vermittler zwischendrin richtig genau wie gesagt also wenn es ganz massiv es muss nochmals auch polizeien die kripo oder sonst was eingeschaltet werden je nachdem was qualitäten schon aufgelaufen sind dann natürlich sind projekte sinnvoll die die klassengemeinschaft als solche stärken also der elefant im wohnzimmer wo keiner darüber redet aber alle wissen er ist daher raumt räupt räubert nimmt der familie den den lebensraum weg so ist das in der schuhklasse letztendlich auch das ist das beispiel was ich vorhin ja gebracht hatte mit der schuhklasse wo ich war wo ich gemerkt habe wir können gar nicht über kommunikation und konflikte reden weil hier ist was und ich wusste nicht was es ist und auf einmal kommt raus dass alle sich gemobbt fühlen ja ohne ende ja und ja also so und dann könnte man auch präventionsprojekte in der ganzen schule machen das müssen das ist dann noch mal wieder übergeordneter so und natürlich das individuum als solches müsste auch wieder gestärkt werden da wäre ganz wichtig was du ja auch machst kampfsport natürlich also gerade auch für junge mädels mein ehemaliger kampfsporttrainer der ist auch wegen dschunglehrer der macht macht da auch ganz ganz viel in soest erwin timmers ist das macht ganz viel für gerade kinder und jugendliche auch also das ist in der heutigen zeit wird das zunehmend wichtiger habe ich den eindruck ja ich sag's genauso wichtig wie schwimmen lernen in der heutigen zeit dass kinder wenn sie ins wasserfall nicht untergehen aber genauso dass den konflikt nicht untergehen und das muss man genauso lernen wie diese schwimmbewegung und das ist essentiell wichtig in der heutigen zeit absolut ja also ich hatte auch in meiner jugend dann irgendwie hatten wir ein messer an der kehle in der stadt und so bald von von drei älteren und so und dann kam ja und also das ist alles nicht mehr so lustig heutzutage würde ich mal sagen so war früher schon nicht lustig aber heute erst recht nicht mehr jeder steigt einfach an und jetzt wird es immer noch an dem punkt dass es jetzt gefilmt wird und dann noch ins netz gestellt wird das ist noch mal der gipfel schrecklich ja genau und dann kann man natürlich gucken bei diesem ganzen traumathema ich kann noch mal ein anderes video dazu verlinken speziell was ich schon auf dem anderen kongress auch gemacht hatte den gibt es aber nicht mehr ich habe das an meinem youtube-kanal kann das einfach geben dann kannst du sagen gibt es mir doch bitte ich verlinke es damit in das video sieht noch mal so acht steps so länger erklärt was eltern und so weiter auch machen können speziell für ihre akute traumatisierung gerade auch erlebt hätten haben ja was zum beispiel ganz entscheidend ist es auch wie die eltern wenn sie merken da ist was passiert auf ihre kinder auch zu gehen wenn sie selber dann schon total im schock und in der panik sind was ich auch gerade gestisch und mimisch und intonationsmäßig zeigt das ist auch schon wieder retraumatisieren bei den kindern weil das prägt sich erst mal richtig ein dann also ja da kann man also auch verschiedenen ebenen gucken was man auch machen kann ist das ssp klangprotokoll nach dem professor steven porges der die polyvagale theorie entwickelt hat das wollte ich ja mit ins paket geben mit einem discount das ist eine app die können die dann für sechs monate für sich nutzen der discount ist aber nur bei der sechs monats variante dann gilt er dann und die die diese sache dient dazu den vagus nerv auch zu trainieren und die klangwahrnehmung zu trainieren den stapelius muskel im innenohr kleinste muskel und dadurch wird das trommelfell anders gespannt und dadurch werden störgeräusche nicht mehr so bedrohlich erlebt und dadurch ist das nervensystem ist autonome nicht mehr ständig im stress und im alarmmodus und das ist eben sehr sehr hilfreich hat er festgestellt in klinischen untersuchungen 15 jahre bei autismus bei ads und bei trauma aber es hat eben auch sehr sehr viele positive effekte bei so sachen wie schlafstörungen auf schieberitis generell stress stress belastung aber auch für selbstbewusstsein und so weiter und die das ja das gehör lernt dann also wieder mehr sich mehr auf die menschliche stimme zu fokussieren als auf diese ganzen störgeräusche im außen die ja permanent da sind also alle geräusche die die unsere moderne welt macht vom küchenmixer über den staubsauger bis zum ventilator und diese lkw oder jetzt rast gerade ein trecker vorbei draußen hier oder drüben ist eine baustelle mit presslufthammer das sind alles bedrohliche geräusche die unser nervensystem in die kategorie vulkanausbruch erdbeben gewitter donner raubtier grummeln reinpackt oder hilfeschreie ja und das ist alles unbewusst und da sind wir permanent im unbewussten stress also da sind wir ständig unbewusst im stress und das führt dazu dass wir dann auch gar nicht oder anders reagieren wie wenn wir erstmal so niedrigeren pegel hätten und schon entspannter werden dann würde das alles vielleicht gar nicht so nah an uns rangehen die ganze gemeinheit noch exakt das nächste sind natürlich so sachen wie grundsätzlich vitalstoffversorgung kinder haben meistens die haben meistens eine massive unterversorgung bei omega 3 im verhältnis zu omega 6 dann funktioniert das also mit dem nervensystem auch nicht vernünftig kann das gehe noch gar nicht richtig funktionieren und gerade in der reifungsphase wird das immens gebraucht das kann man testen wieder und dann kann man das entsprechend supplementieren das sollte aber was sein was voll spektrum ist und was auch gefiltert ist dass da die schwermetalle raus sind da habe ich ein präparat aus norwegen drin von der von einem familieunternehmen auf der seite im shop gut und dann grundsätzlich ist es also auch wichtig mit detox zu gucken ja also baby das auf die welt kommt hat ja schon bis zu 200 chemikalien im leib was die nabelschnur so da ist ja das sind heutigen welt ist das auch ein dauerprogramm sage ich mal in der richtung was zu machen das ist auch weil man weiß mittlerweile auch dass das immense folgen hat für die psyche und die stabilität ne ja genau ja da können ja auch bonusfrequenzen reduzieren weil die sitzen ja schon den ganzen tag vor dem scheiß ding hätte ich beinahe gesagt im flatscreen also bis spät in die nacht also abends nur noch mit blaulicht blocker brille weil sonst wird das melatonin nicht ausgeschüttet und da kann man also schlafen hat man auch richtig schlafstellung dadurch immer so ab 7 uhr würde ich das 78 uhr je nach jahreszeit würde ich das schon machen blaulicht blocker brille aufsetzen und vielleicht auch wlan abschalten also nach möglichkeit gar nicht mehr weil im haus weil es gibt für die handys gibt es auch ein adapter hier ich habe ja auch so ein ding ja da kannst du auch ein tablet das ist hier so ein adapter das ist hier einfach so ein landkabel und dann ist adapter und dann gehst du da ins tablet und handy rein ist sicherer da kannst du nicht gehackt werden von da von draußen ist auch schneller und klar du kannst dann nicht an jeder ecke surfen nicht in der badewanne surfen sage ich immer aber ja also die strahlenbelastung ist schon ist schon krass und man weiß mittlerweile zunehmend mehr es macht ja dna strang brüche und und alles mögliche alles belegt wird aber überall jetzt zunehmend mehr eingeführt auch auch in den kitas schon fängt das schon an erschreckend also wir haben zum beispiel wlan router der nur strahlt wenn daten kommen und wenn du kein wenn du das handy auf wlan aus und alles hast dann strahlt nichts ist jetzt schon mal besser ist immer noch kabel aber das ist jetzt so noch das bessere als wenn zu 100 prozentige zeit strahlt also es gibt schon viele möglichkeiten müssen am besten habt das war gemessen ja wir haben das tatsächlich jemand kommen lassen ok weil es ist nicht immer so also viele viele ich sage jetzt keine firmennamen aber viele handys ich teste das immer hier bei mir in der praxis auch wenn die leute rein kommen sagen ja ja ich habe flug modus drin dann schalte ich das testgerät einmal kurz an guckt da drauf und dann sie ist ratta 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 okay das wusste ich jetzt nicht mit flug modus dachte auch flug modus heißt strahlungsamt nicht nicht immer also ist nicht immer so bluetooth und was weiß ich was für sachen und gerade die smart watches auch die sind auch ganz extrem die christ du meistens gar nicht aus sie kannst du nur in den wasser einmal schmeißen dann ist vielleicht für die Das ist echt schon krass. Heftig. Okay, dann auch wieder was für mich gelernt, weil ich habe auch ganz gerne mal Flugmodus drin und benutze dann das Handy als Wecker, weil mir bewusst ist, dass die Strahlung nicht gut ist, aber dass trotzdem Strahlung ist, obwohl ich im Flugmodus bin. Wieder was gelernt. Muss ich auch wieder ändern. Danke. Kommt das Modell an, muss man untersuchen, wie gesagt. Aber das Risiko muss man ja gar nicht erst eingehen. Ja, eigentlich nicht. Also so einen alten Batteriewecker, also ein ganz billiges Ding am besten. Das ist eigentlich das Beste, sage ich mal, was am gesundheitsförderlichsten wäre. Auf jeden Fall nicht unter das Kopfkissen legen, weil es dann immer so schön vibriert morgens. Das würde ich auf jeden Fall lassen. Oder dann diese, die da so ganz eklig hoch in der Frequenz sind und dann kann ich schon gar nicht aufstehen. Fängt ja morgen schon übel an. Ja. Okay, aber guter Hinweis nochmal auch mit dem Handy, definitiv. Das ist so wichtig, denn wenn wir da nicht drauf achten, dann kann unser Kind gar nicht in der Kraft sein, weil es schon total in Anführungszeichen verseucht ist mit Strahlung. Es gibt auch eine klinische Studie in einem der anerkanntesten Hirnforschungsmagazinen, Frontiers in Neuroscience. Die haben eine Doppelblindstudie gemacht mit EEG, mit einem bestimmten Handychip, der dann die Strahlung zwar nicht wegnimmt, das geht gar nicht, die ist trotzdem da, aber die Modulation so verändert, dass im Gehirn, die konnten damit runtergucken, bis ins limbische System und Stammhirn, dass gerade da kein Chaos steht, wenn man mit dem Ding da rumtelefoniert. Und die Dinger sind jetzt auch nicht so teuer, die liegen, ich glaube, in Deutschland bei 79 Euro für ein 5G-Handy und die kannst du auch abziehen hinterher und auf ein anderes wieder kleben. Das ist also eine Einmalanschaffung dann. Das habe ich auch auf der Seite verlinkt. Definitiv, also schick mir das zu und ich verlinke das dann unter deinem Interview, weil das interessiert bestimmt noch ganz viele Eltern, wie wir da ja auch nochmal strahlungsarmers sein können. Also das werde ich euch, liebe Eltern, auch noch verlinken. Genau. Viele Tipps, die du uns hier gerade gegeben hast. Und du hattest doch eben schon mal gesagt gehabt, dass du was in unser Goldpaket reinpacken möchtest. Aber bevor ich zum Goldpaket komme, doch nochmal zuerst das Geschenk. Und zwar, du hast mir am Anfang des Interviews erzählt, dass du auch noch ein Geschenk für die Eltern hast, alle die, die sich jetzt dieses Interview anhören. Ja, ich habe gesagt, diese Self-Empower-Broschüre, die ich habe, das ist so eine Broschüre, wo es ein Stück weit, wo einige Tipps drin sind und ein paar Übungen, ein paar Anregungen zum Thema mehr Selbstermächtigung wagen, sage ich mal. Also Empowerment ist ja Selbstermächtigung. Und ja, auch einige Hinweise zu den Sachen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, ist da auch alles drin. Das können wir gerne verlinken. Das ist halt digital. Da könnt ihr euch die Videos auch angucken und so dazu, die da drin sind. Und bei dem Goldpaket hatte ich gesagt, dass ich eben 50 Euro Gutschein gebe für den Kauf des 6-Monats-Klang-Protokolls vom Stephen Porges, wo ich drüber sprach. Da können wir auch die Infoseite verlinken und da können sich die Leute das mal angucken, was das ist, was das soll. Ich habe da ein paar Infovideos zu gemacht und so weiter. Total spannend. Also auch so wichtig, wenn wir da ein Tool an die Hand geben können, unserem Kind, dass das schon von Grund auf einfach weniger gestresst ist. Und dann kann es ja viel mehr wieder Sachen auch leisten und auch kompensieren, weil es einfach schon das Level viel niedriger ist, wo es anfängt. Also mega tolles Tool, was du da hast. Danke, dass du das noch einen Rabatt mit rein gibst. Ja, da gibt es einmal zwei, also gibt es zwei Versionen für Erwachsene und für kleine Kinder. Auch. Für ältere Kinder nimmt man dann auch das Erwachsenen-Set. Und dann gibt es für beide wiederum zwei verschiedene, das eine ist modulierte Popmusik und das andere ist klassische Musik. Also die ist dann halt ohne Stimme, sondern es ist einfach wirklich klassische Musik, die genommen wurde, das entsprechend dann zu modulieren und um das dann zu trainieren. Und da sind dann eben verschiedene Schritte, verschiedene Übungswochen, die da drin sind. Und ein Programm ist auch zur reinen Regulation dann dabei, was man eigentlich immer hören kann, auch wenn man zum Beispiel Schule, wenn man irgendwie Hausaufgaben macht oder so, kann man das, oder wenn man jetzt Yoga macht oder meditiert oder Tai-Chi oder irgendwie was, wo man, oder spazieren geht oder so. Ja, könnte man das dann auch parallel machen. Cool. Hört sich total spannend an. Und vor allem auch, es gibt uns Eltern wieder die Möglichkeit, etwas Positives zu machen. Also alleine schon, dass unser Kind dann, wir als Eltern unser Kind das Gefühl geben, hier, ich gebe dir was an die Hand, das wird dir helfen. Wir sind da für unser Kind. Schon allein das finde ich so wertvoll, dass wir wieder bei der Bindung und des Sehen unseres Kindes und wir sind für unser Kind da. Und das ist eine Möglichkeit. Super. Total toll. Und ansonsten kann ich grundsätzlich allen Eltern einfach nur raten, wir sind ja einfach auch in unserer Kultur sehr leistungsorientiert und häufig leider auch sehr defizitorientiert, wirklich darauf zu schauen, auf die positiven Aspekte zu schauen, ja, zu gucken, was ist denn da möglicherweise beim Kind, was man loben könnte und bestärken könnte. Man muss jetzt nicht jeden Furz loben, dass das der totale Narzisst wird nachher, das muss man auch nicht, ja, das ist, aber oftmals fällt es Eltern schon eher schwer, was Positives auch zu sehen und dann hat es wieder eher was mit den Eltern zu tun als mit den Kindern. Und vor allen Dingen muss ich wirklich allen Leuten auch sagen, die hier zuschauen, das wissen die meisten ja wahrscheinlich selber, die sind ja jetzt auch älter, die zugucken, aber ich finde es absolut irre zum Teil, was man für Bewertungen auch in der Schule abgekriegt hat, auch von den Pädagogen. Und wenn man dann geguckt hat hinterher, was man eigentlich für einen Weg da raus gemacht hat, das ist so weit weg von dem, was da, also, ne, da fragt man sich manchmal auch, man hat ihm so ein Gewicht gegeben und eigentlich ist es irgendwie auch teilweise so bedeutungslos im Nachgang. Richtig. Stress rausnehmen. Bei unseren Kindern Stress rausnehmen, das finde ich so wichtig. Es gab ja vor 100 Jahren ein Buch von Hermann Heste, das kann man vielleicht auch nochmal lesen, Unterm Rad. Er beschreibt dann ja auch das Interessante, dass gerade die, auch die dann in der Schule häufig dann die Rebellen waren oder die irgendwie Probleme hatten und so, wenn sie es hinterher doch geschafft haben, sich ihr kleines, ja, wie soll ich sagen, Talent zu bewahren, trotz der Schule. Das sind dann die, von denen machen sie sich hinterher die Bronzplakette auf den Schulhof und sagen, der war hier, ne, und, ja. Ja. Also, du hast so viele Tipps den Eltern eben an die Hand gegeben und vor allem auch die, die vielleicht schon im Leid sind, wirklich Tipps gegeben, wie sie konkret ihren Kind helfen können. Also, mega, mega toll, was du alles hier weitergegeben hast und wie gesagt, ich werde die ganzen Sachen von dir verlinken, auch die Leute, die dann weiter mit dir arbeiten wollen, dass sie da auch mit dir in Kontakt treten können. Also, vielen Dank, dass du hier bei diesem Kongress dabei warst. Einmal, dass du auch das Geschenk den Eltern machst und auch in das Goldpaket das Tolle reinpackst und einfach mit deiner Kompetenz und deinem Wissen wirklich den Eltern hier nochmal viel weitergegeben hast. Danke. Dankeschön, lieber Jörg, dass du dabei warst. Danke für die Einladung. Und liebe Eltern, seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es darum geht, wie wir unser Kind schützen können vor den Kobold-Stinkstiefeln der Welt, dass unser Kind nämlich sich frei und sicher und mit voller Freude entwickeln kann. Also, dann sehen wir uns wieder das nächste Mal und Jörg, ich bedanke mich nochmal herzlich bei dir. Danke. Danke. Danke.